hallo liebe leute nachdem lumida jetzt hier böse geübt hat die ganze zeit während wir nicht aufgenommen haben gibt es heute wieder eine runde dota 2 von uns beiden und ich habe gehört sie macht das roshan immer alleine sobald er spawnt sobald er spawnt klar so den ersten 30 sekunden dann renne ich dann hin und kille roshan was bist denn du jetzt ich bin jetzt ein magier damage die da glaube ich eine mini bild aus wie so ein einhorn ich bin so ein elektromagier quasi das cool gegen den habe ich mal kämpfen müssen ich habe das keine ahnung ob ich den hinkrieg aber der hat zumindest schon mal verteidigungsfähigkeiten nicht so machst du jetzt aber auch deinen fernschaden ja ja genau da ergänzen wir uns ja prima unser letzter verbliebener unser rosa müsste eigentlich in die mitte gehen wenn er den die mitte haben will ich habe übrigens keinen guide mehr rausgesucht ich kaufe jetzt einfach was vorgeschlagen ist ja das ist gar nicht immer so schlecht also muss ich reinklicken nur schauen wer den kurier kauft das ist auch kein support ne ich ne eigentlich nicht das nehme ich noch mit wie kostet das 200 und kostet normal schon 400 habe ich lieber das haben glaube ich so haben wir einen support ich glaube wieder nicht und diesmal aber einer im kurier gekauft ich will keine predictions haben ich gehe dahin ich lauf dir mal so halb hinterher auch diesen ja freundlich guck mal die sagen alle hallo hat sich irgendjemand darunter geblieben ich wieder vergessen mir das ding ins zu kaufen aber pink soll da ich mitte sein die gehen jetzt erst mal zur ruhe aber keiner geht es nicht so schlimm oder ach du hast den pinken jetzt angezeigt dass er eine mitte gehen soll ich habe gerade eingetragen dass ich gerne unten möchte ja der hat die direkt genommen der war schon unsichtbar irgendwie also wir haben jetzt den unsichtbaren bei uns auch super schadet ja nicht und der mitte geht es sind schon zwei und jetzt zu dritt nach momentan sie ist schon so aus reda bleibt gerade am fluss hin ab ich slap sie jetzt mit mir mit meinen zentakeln mein katja mann du sollst in die mitte gehen wieder ich sehe nichts ich habe nur ein high von mir jeder unten drunter von mohammed irgendwas habe ich immer schon geblockt der hat hallo gesagt ich habe ich sehe nur von dir kurier und lumida und von mir ein high und von niemanden irgendwas dann hast du irgendwas beim chat eingestellt das könnte sein der meinte gerade von wegen du sollst runter gehen äh mitte gehen aber ich habe den verdacht dass er recht hat mein ursa sagt wenn ich einen gegner dennaie ein viech von uns dennaie our is not yours sehr sehr süß und deswegen sterbe ich jetzt nee so war das nicht geplant hat aber einen moment angst bekommen aber samt mich erwischen dass ich hier diese heilung hatte vom baum das ist gar nicht so schlimm also das funktioniert trotzdem weiter das ist nur bei den tränken nicht ja ich dachte das wäre auch jetzt mit meinem geübten wissen angeben ich habe mir ein ursa bild angeguckt da jungelt ursa und nimmt so einen baum noch bevor er den ersten gegner killt also also noch bevor er den ersten gegner auch angreift habe ich mir schon jetzt so gedacht dass du das meintest ja und ist nur einer bei uns waren aber eben noch zwei da ja aber der macht noch hoffen die lina rennt da auch noch irgendwo und pink hat wie kommt er bekommt ja schön die nation zu langsam mein geld die lina ist am anfang sehr stark wie schon ich habe die schwäche in erinnerung wahrscheinlich so fragt ihr das vorlein auch ein 900 für meinen ersten wichtigen gegenstand aber das bist du ja das wollte ich ja ja das ist halt so So typisch, wenn man so Helden als Gegner hatte, dann hat man bei manchen Ultis schon richtige Angstkomplexe. Das war keine Ulti, das war einfach nur... Äh, Ulti, was rede ich denn da? Attacken. Wo man dann schon wegrennen möchte. Mam-yam-yam-yam. Wollen wir essen. Ich hab meine Tango schon verbraucht. Tango. Du sollst doch wahrscheinlich aufpassen, weil dann machen die dich jetzt gleich ziemlich schnell platt. Dann hauen wir hier mal ab. So, und sagte ich. Kaufen hier mal den Gegensch... So, ganz so weit nach hinten müssen wir da nicht, wir kriegen ja keine EP mehr. Ne, ich wollte nur gerade... Kaufen. Da brauche ich Konzentration, damit ich das Richtige kaufe. Sollst doch nur das kaufen, was angegeben ist. Ja, dann muss ich was zum Uau gucken. Was machst du denn da vorne, kleiner Bär? Was machst du denn da hinten, kleiner Bär? Ist auch geil. Sollst du vielleicht mal irgendwie jetzt zur Base gehen oder sowas zum Heilen? Also nicht, ich geh mal kurz in den Genre. Okay, oder das, wenn du dich schon heilen kannst. Ja, ich habe einen Gegenstand, der heilt mich bei Schlägen. Okay. 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 Läuft! Ist aber nicht so schlimm, weil ich sowieso früher oder später hätte Base gehen müssen. Okay. Von der Zeitlichkeit her... Du verlierst, glaube ich, trotzdem Gold, wenn ich mich nicht irre. Oder? Äh, ja, aber dafür machen die anderen keine Erfahrungspunkte und von der Zeitlichkeit her gibt es sich nicht viel. Okay. Okay. Wobei, ich geh da nämlich jetzt, äh, zum Tunnel kurz, glaube ich. Oder? Nein, ich komm lieber nochmal zu gehen. Du solltest auch ein bisschen auf dich aufpassen. Äh, ja, ja, ja. Ich will dir ja nicht reinreden, ne? Ja, ja, du hast schon recht, äh. Ich lass mir jetzt gerade hier ausbringen. Dann würde ich mal zur Base zurückgehen. Ähm, da brauch ich mal Tangos. Da holt sich die Hune. Blöd. Okay, bei uns ist nicht viel passiert, aber es steht 2 zu 4. Stimmt. Wir sind mir nur gerade hier so auf. Immer witzig, was dann in den anderen Lanes so abgeht, ne? Wenn man nicht lernt. Ähm, aber hier unten, die sind Missing. Ja, der ist weg, ne? SS? Für Miss, kurz. Wenn du nicht so viel tippen musst. Äh, der ist neu da bei uns gerade. Der Ex. Oh, oh, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Ganz schlecht. Nino! Oh, jetzt hätten sie uns aber beinahe weggesnackt hier. Jupp, das war knapp. Direkt schon wieder Base, ey. Warten wir noch mal ein bisschen unsere Mana bevor ich zurückgehe. Aber die können halt jetzt jederzeit wieder kommen, ne? Ja, da unten ist sie zum Beispiel. Au. Dann Effekte sind halt echt übel. Ja. Die sind ziemlich lang vor allen Dingen im Spiel. Mhm. Ich muss Bäume essen. Wenn sie gerade nach unten getrieben. Müsstens in der EP Schneise sein, ja? Ich habe noch gar keine Schuhe. Obst du jetzt hier friedlich oder? Nein, nein. Ich muss immer mehrere Sachen auf einmal machen. Das bin ich zu überfordert. Ich kann nicht irgendwo... ... zum Beispiel mein Handy auflaufen durchschalten. Okay. Und man scheint sich da aufzuregen gerade. Ich sehe das alles nicht. Sei froh. Gehst du noch mal raus? Ich bin doch abgeschickt. Irgendwie hätte ich aber auch gerade einen Leck. Oh, ich habe einen Assist bekommen. Wuhu! Zwei Assist-Rug direkt. Nice. Mein Ulti. So, jetzt, jetzt gehe ich aber zur Ruhe schon. Geht mir mal den Rücken frei. Ich glaube, das ist eher unser Pinker, der den Rücken frei hält irgendjemanden. Sehr gut. Teilen wir uns eigentlich die XP? Oder würdest du auch welche geben? Nein, 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 noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich dachte, weil du deine Fähigkeit gemacht hast. Nein, 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 die muss erst mal... So, jetzt. Okay. Aber ich renne wieder zurück. Also nicht wundern. Macht man so. Das ist ja eigentlich ein Bild, um ihn alleine fertig zu machen. Du darfst ruhig draufhauen. Äh, hab ich eigentlich auch recht geklickt, aber der macht nicht. Okay. Der greift nicht an. Jetzt. Ich nehme mal kurz zur Ruhe. Deine Hilfe nützt sich ja eigentlich sogar relativ unvorsichtig dabei. Du bist ja regen von dir. Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht. Mein Ulti funktioniert irgendwie nicht auf ihm. Keine Ahnung warum. Okay. Steht aber wahrscheinlich dabei auch. Kann ich die Immortality nehmen oder willst du sie? Kannst du gerne haben. Die Immortality. Immortality. Oh. Ja, jetzt hat wieder kein Mana. Okay. Ich weiß nicht wofür der regen ist. Moment. Das muss ich mir nochmal durchlesen. Okay. Die Krefts an. Also der Roshan ist Spell-Immun wahrscheinlich. Weil die normalen Fischerkrefte sind. Ja, dann lern mal in Ruhe deinen Akra erstmal kennen. Okay. Damage Type Physical Pierces Spell- Aber das geht durch Spell Immunity. Ich darf's nur nicht auf Roshan machen anscheinend. Für Balancing Reasons. Schräg. Denk ich mal. Das ist Schräg, ja. Ich denk mal das ist einfach nur Balancing Sache. So. Das ist wohl noch Core-Item. Drei sind oben. Weißt uns jemand drauf hin? Hä? Ach quatsch. Ich wollt so machen. Du kannst ruhig hoch gehen. Wo bist du denn? Ich bin da oben. Okay, das ist gut. Dann halt ich jetzt einfach unten Stellung oder? Hey, Game is paused. Das find ich aber. Frech! Die gegnerische Linie hat das Game gepost. Keine Ahnung. Lol. Okay. Ah. Auch schnell aufs Problem. Ja, irgendwie. Also hier oben liefst du jetzt gerade. Der Gang hat funktioniert. Hä? Oh, oh. Nein, nein. Aua. Hör auf mich. Und mal weiter. Okay, das macht keinen Schaden. Du rufst, wenn ihr da oben Hilfe braucht, ja? Ne, wir gehen hier oben weg. Okay, außer unser Urga-Mage, der geht nicht weg. Er lässt sich jetzt gerade mal schön zusammeldaschen. Ja, der hat sich genau mal unterm Tower klatschen lassen. Dumm. Aber du bist da unten, ne? Oder? Ja. Rüchter auch gerade. Wie genau da ankommt? Ja, der ist immer wieder da. Wo? Wurde angegriffen. Ach so, weil Nacht es ist. Deswegen wieder mit angegriffen. Wie du wurdest angegriffen, weil Nacht es ist? Äh, die Creeps, manche Creeps greifen nicht an der Nacht, dann werden die aggressiv. Ah, okay. Also. Zumindest erkläre ich mir das so. Ich wollte eigentlich hier runter. Ich wollte eigentlich da zu dir jetzt kommen. Ich habe bekommen noch Mana. Weil das kostet irgendwie einen Haufen. Kostet nur 20. Äh, die kommt mir entgegen. Günstig. Lina kommt da auch irgendwie. Ah, du bist ganz oben mit, ne? Nein, nein. Ich bin hier, wo sie ist. Hast du Lina gerade gesehen? Nein, nein. Nein, nein. Ja, doch. Ich bin gar nicht auf Lina gestoßen, aber ich war nicht schnell genug zum überlegen, was man da machen muss. Und abgehauen. Ich habe meine Wolke zu spät gezündet. War ein bisschen doof. Und das war wieder der Gegner. Ist nicht gut. 500 Gold für den Gegner. Okay. Könnte ich darauf verzichten. Ist so ungewohnt deine Attacken zu sehen. Oh, ich muss hier mal weg. Das wäre ein ungünstiges Timing vor, die fallen gerade. Das wäre ein ungünstiges Timing vor, die fallen gerade. Ja, wegen oben halt. Ne, ja. Versuchen greifen sie ja nur unsern. Ich meine, die Gegner haben sie ja. Von den Turm kriegen wir noch oder? Du wirst angegriffen, ne? Von dem Turm. Ich weiß. Du willst tanken. Bist du sicher? Ja. Schaff's mal. Okay. Oh, unser Pink ist ein Killing Spree und Dominating. Der geht ab. Würde ich behaupten. Das ist gut. Ja. Solang sie bei uns abgehen, ist überhaupt gar kein Problem. Zumindest ist noch niemand rausgegangen in dem Game. Yay. Reiß nicht, ich bitte dich. Ich muss mal zum Base zurück. Ja, ich hole mir mein Leben jetzt durch die Gegner. Hoffentlich schnell genug, bevor andere auch Helden auftauchen. Also es sind alle Mist, ne? Es ist wahrscheinlich, dass sie jetzt alle zu dir runter gehen. Meinst du? Keiner ist mehr auf der Map zu sehen. Doch ein Gegner. Einer ist oben. Aber sonst keine mehr auf der Map zu sehen. Hau ich mal nen Jungle ab. Jungle scheint auch niemand zu sein. Okay. Du hast übrigens unser Kurier zu dir geholt, ne? Ja. Du bist weiter auf der Gegnerseite. Einer ist in der Mitte jetzt. Lina ist in der Mitte aufgetaucht. Was hat denn die Frau mittlerweile durchgehalten? Double 9. Oh, Pink hat noch einen getötet. Oh, jetzt ist glaube ich Lina oben, oder? Dann mach ich unten weiter. Oh oh. Ich möchte mal nen Fliegen denn probier. Oh oh. Oh. Das klingt nicht gut. Ja, ist auch nicht gut. Die kamen mir entgegen. Und ich dachte, die laufen dem Pinken hinterher, der da oben war. Oh shit. Das war richtig kacke. Död. Ach Selina mich dort gefunden hat, war richtig kacke. Okay, der hat Wurz gekauft. Ja. In Massen. Auch nicht die dümmste Idee. Der macht so viele Leute kaputt, ey. Was steht denn der 8-1? Was? Und unser Trollvorder steht auch 4-3. Das ist, wenn man halt erst mal am Anfang schon Glück hatte. Ja, wenn man dann nicht ganz doof spielt, kann man das ziemlich gut gewinnen. Auf jeden Fall. Ja, warum laufe ich das denn eigentlich? Na egal, jetzt kann ich's auch zu Ende laufen. poro das ist doch schon level 11 der typ wir haben ein bisschen viel level glaub ich getauscht die haben bisschen mehr gekämpft du solltest da glaub ich nicht rein gehen hier nicht so weit auf jeden fall aber da kommt lina Lina, 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 Lina! Hallo. Oh, Kacke. Aber sehr lieb, dass du mich noch retten wolltest. Was tut happens? Naja, zwei von der Sorte sind ja doch zu viel. Natürlich ungünstig, ich bin da ein bisschen zu spät gekommen. Ja, du warst aber wirklich... Also ich hab halt Lina nicht gesehen, ich war blind. Darauf geachtet. Rad fiesig noch ordentlich. Das lief auch schon mal besser. Okay, die sind da oben am rumpingen, wie bescheuert. Oh, ich hab mir Lina gefunden. Mal lieber hoch. In die Mitte reingucken. Da ist ne Lina. Jungs, wollte die Lina machen? Achso, du bist das. Juh. Ich dachte, ich schau mal vorbei. Geht mich, wo du möchtest. Mein Dynamismus erhöht. Quick as lightning. Quick as lightning. So. Hey, sei froh, dass du deinen Chat ausgestellt hast. Die hatens gerade. Hey, kommt niemand von denen, ne? Ja. Die flamen mich wohl gerade, oder wat? Sehr gut. Ne, ne, die flamen alle. Also der eine schreit die ganze Zeit so was wie fuck all und fuck off und noch ein paar Wörter mitficken. Ja, also das ist der Grund, warum ich's ausgemacht habe. Ich hab aber auch schon welche, mit denen ich wirklich richtig geil kommuniziert hab, so. Ja. Haben wir dann so'n Match nochmal auf den letzten Metern, äh, beendet. Also verändert, zu unseren Gunsten. Dann ist nicht wieder da, ne? Okay, unser Oranger. Ne, Roshan ist noch weg. Äh, ich geh mal dahin. Weil, der wird ja gerade angegriffen von jeder Menge Leuten. Äh, ich komm mal zu euch. Ach, nö. Oder auch um mir rumzuhauen, weil ihr mich verarschen. Boah, ich hab gestunt alle mal. Woll. Hat jetzt gerade einer mit Voicechat geredet? Kann das sein? Ich will ja nicht weiter rein. Jungs, warte auf. Warte auf, weiter reinzulaufen. Lass die Marder weiter machen. Ähm, Top Tower. Da, da. Fortify in den Lauf. Wollen wir hinlatschen, oder? Ich könnte auch porten. Ich hab keinen Portal. Aber das ist eh durch. So, und den zweiten Lauf. Und nicht da vornherein. Ja, ja. Unser Unsichtbarer. Guck's dir an, was er macht. In die Base. Ja, why not? Mal den, den, ähm... das Hauptgebäude zerstören, umgesehen. Wenn's dann so einfach funktionieren würde. Nicht yet. Direkt current. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich spare auf den Dagger. Okay. Das ist so blöd, dass man von dem keine Einzelteile kaufen kann. Die sind am Secret Shop. Ich darf nicht. Das kriegt man auch daheim. Oh, ist unser Kurir tot? Nee. Nee, der Gegner ist schon. Nice. Das ist cool. Das ist besser. Trinkt auch nochmal ordentlich Geld. Aber ich glaube, sie vermuten, wo sie, wo sie ist. Jetzt da unten raus, bei uns, die ein, zwei. Gerade hinter dem gegnerischen Turm verschwunden. Ja, ja. Da sind ein paar. Aber wir können ja oben einreißen, glaub ich. Mit den ganzen Minions. Da kommen wir hin. Ist schon durch. Sehr schön. Aber ich glaube, sonst setzt man in die Mitte. So, zum helfen. Dann kommen wir hier mal ruhig. Uff. Ist das überhaupt noch Sinn, jetzt noch aufzutauchen? Doch. Denk schon. Das wird das noch lohnen. Der hat jetzt halt gerade so kiert, ne? Oh. Ich muss weg. Ich muss weg! Sie hat fast kein Leben mehr. Ich hab sie tot! Ich hab sie tot! Super. Sehr toll. Das gab, das gab Geld. Und das war, glaube ich, sogar ziemlich geil, da eine Metaparty zu machen. Oh. Das hat sich super gelohnt. Also. Das? Das ist gut. Und du bist sogar weggekommen. Ja. Ich bin jetzt auch, wenn ich nur Assists gekriegt. Ich hab auch Kills gekriegt. Aha. Sehr schön. Ähm. Was hab ich denn jetzt mal kaufen? Sung and Yasha. Attack Speed. Ich hab' den Karten da, als die ganzen... Okay, das ist zu mächtig. Was ist? Ist irgendjemand dafür gesorgt, dass das, äh, im Jungle sich da ein schönes Lager bildet? Was die, die dann mal ein bisschen Geld hat? Okay. Da hat jemand hart gestackt, würde ich behaupten, ja. Ja. Das ist ein bisschen viel. Ich Idiot, bin grad reingerannt. Mhm. Aber ist nicht schlimm. Könntest du mal einen Abstiecher machen, obwohl schon wieder da ist? Oh, musst du auch nicht. Ähm. Sehen wir das nicht irgendwie auf der... Sehen wir das nicht auf der Map, dass der wieder da ist mit dem roten Totenkopf? Wie ist das denn? Da ist ein roter Totenkopf auf der Map. Da ist er. Ist er? Du siehst den roten Totenkopf. Ach, da unten. Direkt neben mir. Ist das weg, solange Roshan tot ist? Pass auf, da kommt Yasha. Ja, aber da sind ja noch mehr von uns. Komm auf, lassen wir noch was lieblich. Äh, ein Sterbfall. Äh. Äh. Aber ich lebe noch. Den kriegen wir auch noch, den kriegen wir auch noch. Zack. Oh, machst du viel Taten? Was zum Geier? Hop, 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 hop. Ja, mehr kriegen wir auch nicht. Boah, machst du viel Schaden? Du hast Selina einen Hit gegeben, aber war sie halbtot. Nein. Boah, das ist so ein Geier. Die meisten waren ja schon angekratzt, die ich gerade mitgenommen habe. Ja, aber trotzdem, Lina hatte fast volles Leben, und du hast einmal draufgekautet, und ich war so gut wie tot. Und auch einen zweiten Tag, und hast du nicht ausgehalten. Deswegen sage ich ja, so stark habe ich die V-Mate in Erinnerung. Ja, sie ist halt, am Anfang ist sie sehr stark. Da könnte ich mich eigentlich gerne irgendwo heilen. Oh, oh. Ach, der Händler sind genug. Du sollst nicht mehr kämpfen, das sind jede Menge Gegner. Den können wir doch noch machen. Aber da kommen Gegner. Der heilt. Da kommen jede Menge Gegner, das meinte ich. Ich bin manchmal ein bisschen übermütig. Ja, ich habe es gemerkt. Oh, Illusion. Ich habe Illusion. 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 Sollen wir den Turm eigentlich mal deneilen? Der Turm? Ach, das ist ja, wenn der low ist. Ja, von mir aus. Hat er nie einen Turm deneilt. Ich weiß nicht, ab wann sich das wirklich lohnt, wenn halt keine Gegner im Umkreis sind. So, aber der hat halt eben fast kein Leben mehr, und die kriegen ja dann 170 pro Turm oder so. Aber die kommen, glaube ich, zu dir, wenn du blau bist. Ja, du bist blau. Soll ich ihn mal kaputt? Oh, der ist ja kaputt. Der hat ja nichts mehr. Äh. Würde ich ihn gerne kaputt machen, jetzt. Zack. Oh, der bottom tower has been denied. Wieso kann ich den nicht laufen? Wieso kann ich den nicht laufen? Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich den nicht laufen? Ich habe dummerweise keinen Mana mehr für irgendwas. Hm, ich bin tot. Da haben sie jetzt aber auch gerade echt nicht das gemacht, was ich so wollte. Och nö, jetzt muss ich 60 Sekunden warten. Und keiner ist ausgeschieden, mit dem ich spielen kann, derweil. Ja, unser Lila versucht noch was, also unser Rosa, besser gesagt. Aber er sollte es, glaube ich, nicht weiter tun. So unsichtbarer. Ja, der Unsichtbarer irgendwie doch sichtbar ist. Würde ich behaupten. Er hat vielleicht irgendjemand den Orb genutzt. Irgendwas hat er jetzt gemacht? Keine Ahnung. Irgendeine Fähigkeit. Wahrscheinlich irgendein Item. Gibt doch dieses Wiederbelebungsding auf. Nee, ich glaube, er hat ein Item genommen, um irgendwie kurzzeitig nicht mehr in dieser Dimension zu weilen. Hm. So sah es zumindest aus. Würde, würde funktionieren. Ja, unten wäre mal eine Maßnahme, ne? Au. Sind aber auch alle nicht so pralle, ne? Wie dieser Mother-Wissen. Ah, nix da. Die machen wir heute platt, glaube ich. Die hat mich gerade versucht zu töten. Nix da. Oh, oh. Hast du's? Nee. Bin ich dagegen. Das sind nämlich zwei. Da komme ich auch nicht mehr rechtzeitig. Ich habe mir damals Damage-Runde gefunden. Yay. Das ist mir nicht Glück. Oh, oh. Nein. Nicht gut. Wieso kommt denn der wieder? Das ist der komische Skelettkönig. Ah. Ich dachte, der kommt nicht wieder. Dumm gelaufen. Ah. Ich habe mich gerade so gefreut. Juhu. Hm. Na, was kann das ja eigentlich? Ja, verdammt. Ich muss es endlich mal nehmen. Ah, ich habe mich gerade so gefreut. Das war doof. Ich will meinen phänomenalen Fight against Roshan angucken. Ich muss ich mal meine Schuhe ausbauen. Ich falle sofort. Der müsste mir gar nicht helfen. Aber 21, 31. Das sieht ja zumindest nach einer halbwegs ausgeglichen Match aus. Wenn wir nämlich erwischt werden und doof gespielt haben. Joa, also die haben noch Chancen. Ja, die bestrafen uns noch ordentlich. Für Quatsch, den wir machen. Weil wir zu bemühtig sind. Stimmt. Wir wischen einem. Da, Mist, mach ich da. Wir wischen einem immer mal wieder ganz, ganz gut. Ja. Dann mal alle ins Buschen, ne? Mhm. Oh, Quatsch. Das da brauche ich. Boah. Als Typi. Ich glaube, ich sollte einfach mit unserem pinken mitlaufen. Der scheint ganz gut, ganz gut durchzudrücken. Oh, die haben einfach viel zu viele Feeder, die irgendeinen Stun machen. Ja, du bist wieder tot. Ja. Ach, ne. Ne, ich bin ich nicht. Wenn so witzig, bin ich jetzt hoffentlich vergessen. Ich glaube, ich bin ich nicht. Oh, ich bin ich nicht. nochmal wissen dort das ist bin ich nicht so ein fan von muss ich ehrlich zugeben er guckt nur blöd er wird er nicht gesehen er stimmt ja sehr unsichtbar an dem ax auch noch ein bisschen hinterherlaufen müssen uns mal zusammentun das ist irgendwie wo jetzt versucht das da meine ich dieses nicht mehr treffbar sein das ist richtig übel ich weiß nicht ist das eine fähigkeit keine ahnung wir sollten mal öfter zusammen rumlaufen weil die laufen jetzt auch immer zu viert rum decken dann ein also killen ein von uns ordentlich so wie ein troll warlord jetzt ich komme zu dir wo immer du auch bist bin gerade damit ich wollte die mitte wieder zu müssen zurückschieben da bin ich schon ja das ist eben das ist eine gute idee dass wir den wohnen da unten nochmal kriegen auch Achtung Ina da dahin